Einige Brüder, einer der großen Lehrer der alten Kirche, Origenes, sagt einmal, das Geheimnis des Johannes geht bis jetzt in der Welt in Erfüllung. Das Geheimnis des Johannes geht bis jetzt in der Welt in Erfüllung. Denn jeder, der an Jesus Christus glauben will, in dessen Seele kommt zuvor der Geist und die Kraft des Johannes, und dieser bereitet dem Herrn ein vollkommenes Volk. Wenn wir in das Evangelium hineinhören, und wir sollten es vielleicht in das Ganze tun, dass wir die ganze Geschichte mit Zacharias und Elisabeth auf uns wirken lassen, den Teil, der immer am Vorabend schon gelesen wird, wie beim Opferdienst, diesem Ehemann aus einem unfruchtbaren Ehepaar, Elisabeth und Zacharias, kinderlos bis ins hohe Alter hinein, bei seinem monatlichen Dienst der Engel des Herrn erscheint und ihm eine gute Nachricht bringt, dass Elisabeth ein Kind empfangen wird. Wir können uns vorstellen, dass ein alter Mann, auch wenn der Priester am Tempel in Jerusalem ist, perplex ist auf dieser Mitteilung hin. Er kennt die Gegebenheiten, auch die biologischen, auch die biografischen. Da braucht er eigentlich auch von einem Engel keinen Nachhilfeunterricht. Und diese Skepsis macht ihn schließlich stumm, denn der Engel weist ihn auf weiteres hin, dass Gott mit diesem Kind etwas Besonderes vorhat, dass er in einer Kraft auftreten wird, die das Volk Israel bis dahin nur dem Propheten Elia zuschreibt. Der große Kämpfer, wir haben es gerade an den Werktagen noch, den Zyklus gelesen, der große Kämpfer für den lebendigen Gott, den einen wahren Gott. Das Geheimnis des Johannes geht bis jetzt in der Welt in Erfüllung. So vielleicht auch für uns. Wenn wir in der Kirche dieser Tage, und man kann das an vielen Orten sehen, selbst an ganz sozusagen eingelebten Gnadenorten kann man das schmerzhaft erfahren, wie alles einbricht, alles porös wird, wie die ehemalige Kraft scheinbar verloren geht. Was heißt dann dieses Wort des alten Lehrers der Kirche? Das Geheimnis des Johannes geht bis jetzt in Erfüllung. Gilt es etwa auch für uns? In all unserer Unfruchtbarkeit? Das müssen wir jetzt nicht unbedingt biologisch verstehen. Aber geistlich ist es nicht so. Wir bringen doch nichts mehr zu Wege als Kirche. Ja, es stimmt. Wir haben unsere Strukturen und vor allen Dingen haben wir unser Geld hierzulande. Wir haben einen riesigen Apparat, der sich selber verwaltet, der über die Köpfe der Menschen und vor allen Dingen ihrer Herzen hinweg geht, oft genug. Wir haben Aufgaben, Ämter und trotz eines sogenannten Priestermangels eigentlich immer noch genügend bezahlte, gut bezahlte Kräfte in der Kirche. Und trotzdem ist bei denen, die wirklich versuchen, geistlich hinzuschauen, das Gefühl der Unfruchtbarkeit, des Nichts zu Wege bringen, es kommt nichts heraus, vor allen Dingen nichts, was Hand und Fuß hat. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Was heißt in einer solchen Situation das Wort des Origenes? Das Geheimnis des Johannes geht bis jetzt in der Welt in Erfüllung. Viele versuchen, angesichts dieser Situation einen Schnitt zu machen und zu sagen, ja, wir sehen doch, wohin wir gekommen sind. Kommt doch nichts bei heraus. Wir müssen irgendwie ganz neu anfangen. Wir müssen uns neu erfinden. Ist das die Botschaft des Johannes? Wenn wir auf der einen Seite sehen, die Unfruchtbarkeit, die Hoffnungslosigkeit, Zweifel, der dann unmittelbar in die Sprachlosigkeit mündet. Aber wir hören doch im Evangelium von dem Neuen, das entsteht. Von einer Geburt und von großer Freude. Die Schrift betont es mehrmals, die durch diese Geburt ausgelöst wird. Was ist also der Geist des Johannes, der in Erfüllung geht? Wenn ich eines hier entdecken kann in diesem Schrifttext, liebe Schwestern und Brüder, wie übrigens, wenn man genau hinschaut, in allen anderen. So gibt es im Neuen Testament, wenn davon die Rede ist, nie einen Schnitt, einen Bruch und sagt so, der alte Kram, weg damit. Wir sind jetzt diejenigen, die Neues setzen. Nicht einmal Jesus versteht sich so. Warum wird er Sohn Davids genannt? Warum heißt er Kind Israels? Um nur zwei kleine, aber bedeutende Beispiele zu bringen. Warum nennt er sich in der Tradition des Propheten Daniel Menschensohn? Doch nicht, hoppla, hier komme ich, ich bin jetzt, ich wäre ganz neuer und ich zeige euch jetzt mal, wie das richtig geht. Ein Zacharias geht auch trotz seiner Hoffnungslosigkeit, ohne Kinder geblieben zu sein, weiterhin als Priester in den Tempel. Sonst hätte ihm gar kein Engel erscheinen können. Möglicherweise schleppt er sich müde dorthin, vielleicht auch frustriert. Aber er geht. Er hört das Wort des Engels. Und er hört es, indem der Engel nicht sagt, guck mal, lass mal deinen Krempel hier liegen, das ist alles nicht wichtig, was du hier im Tempel veranstaltest. Jetzt kommt so ein super Kerl und dazu brauchen wir dein Kind. Und da macht der liebe Gott sowas möglich. Nein, er spricht von der Kraft des Elia. Die nächste Kontinuität, die nächste große Linie, in dem die Menschen Johannes den Täufer später wiedererkennen, in seiner Klarheit, in seinem Kämpfen für die Wahrheit, auch in seiner Kompromisslosigkeit. Es ist nicht der Bruch, der zum Neuen führt, sondern, wie es die Kirche eigentlich von Anfang an gelebt, nicht nur lehrt, sondern lebt. Es geht um die Gemeinschaft mit dem Anfang. Der erste Johannesbrief sagt das unnachahmlich. Was wir gesehen und gehört, was unsere Augen gesehen und unsere Hände angefasst haben, das verkünden wir. Und das ist der zentrale Kern kirchlichen und christlichen Lebens. Wenn ich das Wort, den Fachbegriff dazu nenne, werden Sie gleich sagen, ach, jetzt kommt er wieder da mit. Aber vielleicht verstehen wir es dann besser. Die Kirche nennt das Tradition. Das ist nicht ein alter Zopf, der trotzdem noch weiter wächst oder lange abgestorben ist und deshalb irgendwie hinter Glas aufbewahrt wird, mit bestimmten Strahlern angestrahlt wird und sagen, das müssen wir aber hoch achten. Nein. Tradition, liebe Schwestern und Brüder, und das sagen uns die Evangelien an diesem Tag, dem Geburtstag Johannes des Täufers, ist etwas sehr Lebendiges. Ohne Tradition entsteht nie etwas Neues. Nur wer Gemeinschaft hat mit dem Anfang, nur wer Gemeinschaft hat mit den Spuren, die Gott in der Zeit, in dieser Welt, durch seine Schöpfung, an seinem Handel, am Volk Israel hinterlässt, nur in diesen Spuren lässt sich wirklich das Neue entdecken, leben und glauben. Johannes der Täufer wird schon vor seiner Geburt hingewiesen auf den Geist und die Kraft des Elia, den Kämpfer für den einen wahren Gott, dass er teilhat an dieser Kraft. Zacharias wird in seinem priesterlichen Dienst mit diesem Wort hingewiesen auf das Handeln Gottes, wie Gott es öfter zeigt im Alten Testament, dass Frauen wie jene Hannah unfruchtbar ist und Gott doch handelt an ihr, weil er mit diesem Kind etwas vorhat, mit jenem Samuel. Und so ist es immer wieder das Handeln Gottes, das nicht mit einem Bruch oder einem sauberen Schnitt beginnt, sondern Kontinuität zeigt. Ob wir so vom Täufer Johannes lernen, von den Umständen seiner Geburt, dass auch unsere Unfruchtbarkeit, Hoffnungslosigkeit und Sprachlosigkeit neu aufbricht, indem wir die Gemeinschaft suchen mit dem Anfang und damit Gemeinschaft suchen mit dem Handeln Gottes, mit seiner Geschichte in dieser Welt, mit seiner Geschichte mit den Menschen, seiner Geschichte mit uns, dass wir daraus neues Leben finden und glauben lernen. Das Geheimnis des Johannes geht bis jetzt in der Welt in Erfüllung. Das Geheimnis des Johannes geht bis jetzt